Dieses Mega-Luxus-Anwesen hat sich Justin Bieber in Kanada gegönnt. Es ist so groß wie 40 Fußballfelder. Neben einem riesigen See gehört auch eine Pferderennbahn dazu. Preis fast 4,5 Millionen Euro. Das Liebesnest für Bieber und seine Verlobte Hailey Baldwin hat 9000 Quadratmeter Wohnraum, 4 Schlafzimmer, 6 Bäder, 3 Kamine, einen eigenen Weinkeller, ein Billardzimmer und ein Kino. Wir sehen die beiden schon hier auf der Terrasse sitzen und den Sonnenuntergang genießen. Ein Traum.